Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Weiterhin für die nette tägliche Unterstützung. So, das ist das Gebäude, wo ich rein soll. Wo dieser Händler-Boss lebt. Was für ein Mann, ja, ja. Du meinst bestimmt den Bade, ne, der so schön singen kann. Ich schub's nicht gleich rein hier in den Grande-Kanal. So, ich schwimm mal hier außen rum. Das ist der Grande-Kanal. Ich muss nur diesen Händler-Boss schon mal Hallo sagen. Damit er auch weiß, dass Ezio jetzt hier in der Stadt angekommen ist. Und sich die Zeiten jetzt ändern werden. Für ihn. Der Barbarigo, der war nämlich auch auf der Liste drauf, die wir bekommen haben. Von den Verschwörern. So, hier komme ich wenigstens schon mal auf. Aber wie sauber das Wasser hier noch ist. Das sieht heutzutage, glaube ich, nicht mehr so schön aus, oder? Ich weiß nicht. Ich war noch nicht in Venedig. Wäre eine Stadt, die ich gerne mal besuchen würde. Aber die ist ja auch so überfüllt von Touristen, ne? Das ist ja ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber ist natürlich auch was, was man vielleicht mal live gesehen haben sollte. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Ne, ne, die Tricks gehören mir. Ich kann, ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. So, hier komme ich schon mal rauf, glaube ich. Was macht ihr hier? Diese aggressiven Bogenschützen immer. So, jetzt gehen wir so rum. Ja, den Turm kann ich mitnehmen. Wir sehen uns schon mal ein bisschen Überblick, wo wir uns hier befinden. Ah, die wunderschönen Kamerafahrten. Hier ist auch das Wetter auch so toll, ne? Ist alles so ein bisschen viel heller und freundlicher als in Florenz. Sehr viel heller. Da ist das Gebäude mit dem Templer-Versteck, wo ich schon drin war in der letzten Folge. Ich hoffe, euch hat das Rumklettern ein wenig gefallen. So, mal gucken, ob ich hier was Interessantes freigedeckt habe auf der Karte. Nö. Nö. Aber man sieht wenigstens ein bisschen mehr. Zum Glück ist er nicht in den Brunnen gesprungen. Da wären wir nie wieder rausgekommen. So, immer mal Geld dalassen für diese netten Damen hier. Und sie dann wieder stehen lassen. Warum ich das mache? Es gibt eine Trophäe, dass ich bei diesen Damen 5000 Florin insgesamt dalassen soll. Deswegen nehme ich alle mit, die ich finde. Nur um die Trophäe zu kriegen. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Da sind die Banditen wieder. Und auch die nette Dame. Burgenschützen. Zack. Gesehen, wie man das macht, Ezio. So klettert man. Au. Der Pfeil ging mitten durch. Sie braucht Hilfe. Hey, ich kenne euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los. Vabene. Wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Zum Wasser. In Venedig. Okay. Das ist Rosa. Aber ja, ihr habt gesehen, ne? Die hat da so einen netten Wandsprung drauf gehabt. Das wird eine Narbe ergeben. Das Narbe? Das Ding ist mitten durchgegangen. Durchs Bein. Rosa helfen, zum Fluss zu gelangen. Warte, Rosa. Madonna. Hier, nimm den. Dann hol ich mal mein vizianisches Schwert hier raus. Komm schon, die ist schon angeschlagen. Die können uns nicht noch erwarten, dass sie hier kämpft. Hier, nimm was das? Eine weg. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch. Ich bin noch hier. Wo wollen wir denn hin? Geh du vor. Du kennst dich hier aus. Das ist deine Stadt. Ich bin nur zu Besuch. Ich hätte immer noch das Teil im Knie stecken. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch. Aber er kann immer noch schnell laufen. Er ist hart daneben, die gute Rosa. Du musst aber nicht jeden umrempeln. Du kannst auch dran vorbeilaufen. Hm. Oh, oh. Ich kann ja auch mal das neue Fleischermesser auspacken. Das ist ja besser als mein Schwert. Uh, breites Ding. Gleich niedergemetzelt hier. Zack. So macht man das mit Fleischermessern. Latia. Alter, diese Schaulustigen. Komm, Rosa. Die Stadt ist so überbevölkert. Verflucht der Bogenschütz. Noch mehr. Nein, nein, nein. Ich will dich, sie schlagen. Die Stadt ungünstig im Weg. Eine Lektion. Hä? Hätte er nebengeschlagen. Ey. Das war die Frau los. Verflucht, verloß. Lass mich in Ruhe. Ich schwöre, ich hab nichts damit zu tun. Da haben wir eine Lanze dabei. Verflucht der Bogenschütz. Puh, anstrengend mit ihr durch die Stadt zu gehen. Gibt halt auch viele Wachen. Allein wär ich besser dran. Ja, sorry ey. Ich kann auch wieder gehen. Boah. Fleischermesser im Kopf. Hör mal auf den zu schlagen, sonst komm ich nicht an seinen Rücken ran. So, geht voran. Wir sind übrigens schon an Wasser vorbei, ne? Das Wasser hättest du auch nehmen können. So, da ist die große Brücke, da ist auch Wasser. Kommt noch mehr oder sind wir durch? Na, wird müde, ne? Typisch im W. Liebe will ich grad nicht einsetzen. Ich kann dich tragen. Wie ein wahrer Gentleman. Ich weiß. Tja, Ezio, sie kennt dich. Na, die Wachen, äh, die Diebe laufen ja automatisch hinterher, weil die halt auch zu Rosa gehören. So, hier haben wir auch gleich einen Arzt. Anonym werden. Ja, ich muss die jetzt mal weg, wegmessern hier. Mit meinem Fleischermesser. Da, und wieder rein, da in den Kopf. Ich will dich nicht zurücklassen. Ich musste hier nur ein bisschen Leute wegschnetzeln. Ich heil mich mal. Hab einen Lebenspunkt verloren. So, Lady. Wir sind inkognito. Soll ich dich wieder aufheben? Ugo. Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Vorsicht hat... Oh, oh, Bogenschützen. Okay, dann die versteckten Klinge raus. Ich wollte auf diesen Pfosten raufspringen. Alter. Wieso klettert er denn nicht einfach mal nach oben? Warum springt er mal zur Seite? Guck mal, ich kann gerade raus hoch. Ich komm da nicht rauf. Hier geht's. Hier geht's. Da ist er. Erzio war so schlecht im Klettern damals. Er hat's hingefallen. Wer zulässt, lacht. Lacht. Am besten. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell. Mhm. Bin auf dem Weg. Bleib doch einfach hier stehen, damit ich dich auch treffen kann. Porca miseria. Auf der Brücke. Hektar, du Pri... Boah, dieser Priester. Kein Verlust. Na, den muss ich hier, glaube ich, erstmal nur vorbeigehen. Nio wie Benedikt. So, und jetzt weiter. Wo ist das Boot? Ich weiß, ihr seid woanders langgefahren, ne? Mist, ihr habt ihr voll aus den Augen verloren. Der Priester war schuld. Da sind sie. Mach mal Platz hier. Warte mal, die fahren auch hierher nur hier vorbei. Immer schön ins Wasser springen. So, jetzt hab ich sie wieder. Kurz mal um den Block gelaufen. Da sind noch mehr. So. Spannende Mucke, ja, ja. Platz. Okay, hier sehe ich aber gerade keine Bogenschützen mehr. Wollen wir hier anlegen? Nein. So, hier ist die Stadt aber auf jeden Fall auch zu Ende. Wenn du hier wohnst, ey, hast du eine mega geile Aussicht morgens. Wie die Sonnenuntergänge und Aufgänge raussehen, ey. Kannst du auch einfach mal die Angel aus dem Fenster halten und dir dein Frühstück angeln, ey. Voll geil. Wo wart ihr denn da hin? Da unten rein. Huch. Huch. Habe ich eine Fehler eingesammelt. Scheiße. So, Diebesgilde von Venedig. Da hat man, äh, gefunden. Na, ich geh mal da runter, wo die auch sind. Hoch, runter, hoch, runter. Wird dann immer schlecht. So, die warten nämlich nicht sonst auf mich. Oh, sie haben einen erwischt auf der Fahrt. Einer ist tot. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Ich muss zu... Ich muss zu Antonio. Er hat gesagt, dass ich der Neue bin, ne? Hey, hey! Aufwachen! Bestimmt auch ein bisschen viel Blut verloren gerade bei so einem Durchschuss von einem Pfeil und dann nur die ganze Zeit gelaufen. Das ist nicht so gut für die Wunde. Wir brauchen Hilfe! Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Ah, wenigstens eine weichere Unterlage. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Hab Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca! Mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Ja, ja. Oh, Caputana! Ben Fato. Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Allerdings. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir den Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hura von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren. Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Ser Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch... etwas ungeschlissen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Okay. So. Das wird eine Narbe geben. Aber sie hat ihr Temperament nicht verloren. Deswegen ein gutes Zeichen, dass es ihr noch gut geht. Ich muss mir jetzt später nur die Position hier merken, dass ich mir hier hinten irgendwo eine Feder geschnappt habe. die ich dann später nicht mehr brauche. Sonst kommt man durcheinander, welche man hat und welche nicht. Das ist immer blöd. So, dann reden wir doch gleich mal mit dem Herrn der Diebesgilde. Was ist Kaffee? Bäh. 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 Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Äh, wo waren wir? Milch, okay, aber kein Zucker. Das ist so widerlich. Kaffee mit Zucker schmeckt furchtbar. Ich meine, das schmeckt ja so schon schlecht. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Neue Verbündete gefunden in Venedig. Das ist doch schön. Bauklötze. Ja, was anderes stand da auch nicht. So, jetzt haben wir hier die gute Rosa. Die da schon wartet. Oder das Büro von ihm selbst. Wo wir dann verschiedene Sachen starten können. Schon nicht so schlecht. So, ich quatsche nochmal Rosa an. Gucken, ob es hier schon mal besser geht. Aber sie hat noch eine Krücke. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch, Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Verbündete, das kann ich tun? Nun, ich nicht. Aber Franco kann. Franco, bewegt deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Genau das muss ich wissen. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So. Gesehen wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Wenn man die Kante nicht erwischt, dann fliegst du runter. So. Nach ihrem Gesichtsausdruck hat sie sich eben was anderes erhofft, oder? War schon so ein gewisser Blick da. So. Die Technik Klettersprung von Rosa erlernen. Und. Auf geht's. Spring, Ezio. Und da noch hoch. Greift im höchsten Punkt nach der Kante. Ja, ja. Bin da schon oben. Easy. So. Wie war ich? Es gibt bessere. Ah. Ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz rohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Wer war es? Ich glaube, das ist die Kirche, wo das Templar versteckt war. Synchronisiert. Die Kirche, wo ich nämlich hoch wollte. Wo ich den Aussichtspunkt nämlich nicht kriegen konnte, weil ich eben diesen Sprung nicht beherrscht habe. Ja, das ist hier. Hier sind sogar zwei Zeichen. Da noch einer. Da der noch. Dann hier noch. Viel zu tun in Venedig. Ich würde sagen, wir machen in der Kirche auf jeden Fall weiter. So, den Sprung haben wir gelernt. Das heißt, wir können andere Gebäude auch erklimmen. Das ist schon mal schön. Und jetzt kann ich mal anfangen, hier für dieses Stadtbezirk schon mal alle Kisten zu holen. So weit wie ich komme. Vielleicht auch schon die Federn hier in diesem Bereich. Dann mache ich das hier. Es sind ja, man sieht hier immer diese dicken Linien. Dann kann man so innerhalb von diesem, von einem, so ein Cluster schon mal alles einsammeln, würde ich sagen. Viel zu tun. Und in die Villa muss ich auch. Da ist wieder Geld für mich da zum Abholen. Okay, Leute. Ich bedanke mich für's Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge ein wenig gefallen. Wir haben die Diebesgilde hier in Venedig kennengelernt. Die gute Rosa und ihren Kollegen dafür auch. Nette Personen, gute Verbündete. Und wir können auch einiges von denen lernen. Also, vielen Dank und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020